dann schluss so die Sirenenzitadelle jetzt geht weiter nach oben schwimmen wahrscheinlich hier ja mit mir Luft danke hier gibt es wieder was zum schlagen oh hier ist Krage Krage die hat gerade hier reingefascht achso ah hier oben kommen wir den Schmuh ok wir müssen die wahrscheinlich hier nur einstellen so wie es wir an der … k k also hier oben kommt ja das ganze Sirenen die hier sind oder die startung besser gesagt die kann man irgendwie einstellen wenn die Luft braucht einfach nach oben schwimmen und wie willst du sie einstellen? wenn du drauf schlägst ja nein aber wie sie einstellen sollst mit der Hand nach oben die zweite die mit der Kette in der Hand nach oben die mit dem Herz in der Hand Mitte die mit Koralle in der Hand nach ganz unten ne da hab ich die mit der Koralle so korallisch ganz unten im Herbst hast du schon die ist auf halbe Höhe und hier oben ja hier oben ist die die man abschießen muss und die mit der Kette hast du eingestellt oder was? ja die mit der Kette ist schon oben ne so oh meine Waffe ist auch weg aber da oben konnte ich die eine abschießen ja hier ist ganz ganz viel essen hier ist ganz ganz viel hier ist ganz ganz viel ja du kannst es immer nur 5 nehmen und da musst du essen Kuh gedrückt hat und dann macht ganz unten das Essen ja der verbudelt sich auch quasi aber ja die verbudeln sich ich denke an euer Levi na hier liegen übrigens auch Stäbe da sind so ein großes Vieh ja halte ich von den Pferden nicht mehr boah ich bin gestorben da sind noch mehr so große Vieh weg da weg da weg da ich komm nicht weg kannst du es wiederbeleben Stomi? ich versuche es du kannst dich nicht mehr wiederbeleben Markus aber wo gibt es diese scheiß Stäbe? die liegen auf dem Grund hier hinten ich hoffe du kommst wieder runter das werden wir gleich sehen und und ich bin unten ja habt ihr das ganze Futter weggeballert oder? ich bin aber irgendwo in der Hölle da ist doch russisch sehen ah ich fühl mich in die falsche Richtung ok Stummelchen gibt es noch irgendwas zu essen hier? na aus den ganzen Thronen hier kannst du nicht ich kann doch nix nehmen oder ist das weil du den Stab in der Hand hast na weil du den Stab in der Hand hast ah ich komm nicht zu euch mit x ablegen kommst du nicht her? nee ich komm nicht zu euch kannst du da irgendwas schlagen dass du herkommst? dieses äh blaue Teil da da sollte so ne blaue Muschel so ne blau leuchtende Muschel sein blau leuchtende Muschel ich kann es grad schwer erklären wenn du diese schlägst dann solltest du irgendwie also du musst mehrmals schlagen dann solltest du durchkommen dann sollte sich der Eingang irgendwie verändern dann hier rein? nö doch direkt über direkt da drüber direkt über diesen blau über den Eingang da ist so ne Muschel ach da oben ich schlag die mal mehrmals ja jetzt komm durch ok uah nehmt euch Essen alles was ihr könnt und nehmt euch diese Stäbe jub hab ich ja ja mach komische Bewegungen müssen wir dir helfen oder? nein guck mal hinter dir ich hab die Tür aufgemacht so und jetzt ganz schnell die Stäbe und wer hat mein Stab geklaut da ich da wusste das muss sie NEIN oooh ja wir sind durch aber eher nicht weil er zu langsam war ja weil ich meinen Stab suchen musste den irgendjemand genommen hat von euch beiden kann ich keine Kraft mehr ziehen kann ich keine Kraft mehr ziehen? gar nö guck mir wie ich deinen fetten Arsch jetzt her so Stummel lauf er liegt doch vor deinen Füßen ja den hab ich mir gerade neu geholt ja den hab ich mir gerade neu geholt eh ohne ganz hell ah kann hier doch hinter dir ja gleich mal stummelchen uns hier hochziehen uns hier hochziehen ne ne da hinten ist irgendwas mit Ketten aber ich kann da nichts runter oder hoch machen guck mal hier liegt schon da so ein Stab was? wer ist eh probiert jaja hab ich ja alles kannst gerne mal auch probieren aber auch niedeln zwei und sch und er Wahrscheinlich können wir das jetzt gerade nicht machen, weil die anderen das machen. Hier ist wieder so ein Durchgang unterirdisch, der gesperrt wird. Ah, jetzt kann ich es. Ja, ich muss aber erstmal hier wieder rauskommen. Also, ich höre irgendwas, aber ich bewege nichts damit. Okay. Und ich höre die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas bewegt sich. Wahrscheinlich die anderen, die gerade irgendeine Mission machen. Ich kann hier nichts bewegen. Forst, mach du mal. Warum kannst du das und ich nicht? Okay, Markus, komm her. Oh, Stummelchen ist wieder unfähig, oder was? Und Forst, du könntest es dann schaffen, wenn die ganz schwer rennen. Das geht auch von alleine. Warte mal. So, schnapp dein Stab und komm. Ne, das geht dir auch schon für lange ein. Aber du musstest nach ganz unten machen. Ja, dann warte. So, ich bin gerade runtergefallen. So, ihr seid wieder oben. Kannst du dort oben irgendwas machen? Äh, da oben kann man nichts machen. Du musstest nach unten machen und dann selbst die Hochwein. Oder Markus macht das für dich, weil ich ganz entschne. Da ganz unten. Dann sprinten ohne Stab. Stab ist egal. Sprinten. Jetzt, Forrest. Jawohl. Und dann warten, bis es ganz oben ist und dann hier raus springt. Das ist ein Schiff hier. Ja, anscheinend Such nicht nach uns lesen Ja, kannst du durchlesen Da kommst du äh Da kriegst du verschiedene Äh, Sachen abgeschmissen Ja, zur Folge So Äh Ich starb, cool Ah, hier hinten kann man runter wieder Wenn ja hinten das Schiff langläuft Hinten Markus ist runtergefallen Ja, war das richtig oder ne? Ne, ne Genau hier lang Das heißt, du musst wieder hochkommen, ne? Ja, oder du wartest, weil ich weiß nicht, ob wir da lang müssen Ja, ich schätze schon mal, dass Dass Markus zu uns kommen sollte Weil wir müssen hier wieder was einstellen Mit unseren Schisswaffen Ja, du das nicht runter gemacht Das Ding Warte mal jetzt Warte mal jetzt Ich bin doch stummelchen zu unfähig Bis es nicht mehr geht Und dann Äh Schnell F drücken Und los sprinten Also wenn man da noch diese dritte Person einstellen könnte, das wär geil Also wenn man da noch diese dritte Person einstellen könnte, das wär geil Das Dummy ist schon, äh Vollertrag Ich will gucken, was wir hier machen müssen Also Weiß nicht, ob ich das jetzt war Das weiß ich, ob ich mein Guild war's Ja Ah, die eine pustet Mit der Koralle hoch Doch Da sind doch schon wieder so Viecher Vielleicht musst du die dann so einstellen, oder war das das, was wir vorhin haben Ne, oder? Bin mir nicht sicher Die Koralle ist, glaub ich, die hier Was ist jetzt? Ja, die ist oben Die Koralle muss nach oben Genau Und mit dem Herz ist da hinten in der Mitte Und mit der Kette muss nach ganz unten, warte? Genau Und dann muss ich nach ganz oben etwas treffen Und dann muss ich ganz oben die Meerjungfrau treffen, oder? Ja Die Meerjungfrau ganz oben Wenn du Obendurch Dann musst du oben durch das Gitter irgendwas treffen Aber habe ich gar nicht Ja, die macht wieder die Warte Ich glaube, oder? Sagen wir davor auch Aber ob das jetzt richtig ist? Ja Oh Ah, hier kommt Wasser Ja, es tut jetzt wieder alles mit Wasser Es gibt jetzt hier, glaube ich, zwei Durchgänge, die wir gehen können, glaube ich Wo bist du hin? Ah ne, es gibt Na ganz hin Stummelchen, Stummelchen, zurück und hoch Ja, erzähl was, Domi Ja Ja Ja, du musstest doch mal sagen Wir stehen hier unten und warten Äh, was war jetzt? Oh, ist das überhaupt nicht hier? Ja, das überhaupt nicht Ja Und ich glaube, wir müssen jetzt darüber zu den Typen Aber ich weiß es nicht Genau Wunder 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 Der hier Seinen Mund offen hat Und ich weiß nicht, wie wir da hochkommen Oder ob wir da überhaupt hin müssen Wunder wir sind so drüben Ja Kommst du ja an die Leiter ran Ja, du kommst hier an die Leiter ran Hier in der Mitte Ah, hier kann man irgendwas machen Warten wir, wir müssen nachher gucken, was Ah, ja, da kommt er Das ist Batman Wobei, es hätte wahrscheinlich nicht gereicht, wenn er das macht Das ist ja Hat der Vertrag ausgelaufen Achso, nee, das war so, dass ich nie eine Quest, die Stoomy gesammelt hatte Und jetzt schnell rüber Doch schon da, befreit, Mäßchen So Dummlichen ist rechts von dir lang Hier hin Da lang Glaub ich, ja Ja, was du nicht alles glaubst So Ja Die Unsammeln Mumpeln und Auffüllen Ach, die sind ja eigentlich Ne, ne, das sind alle anderen da Die grad die Quests auch machen Ja Die abonniert niemand Ja, die machen die Quest aber da irgendwo oben auf dem Schiff Weil die da weitermachen müssen Und die gehen da oben irgendwie weiter Und deswegen können wir die jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil die grad dabei sind Ja 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 Ne, ne, das sind die anderen, die müssen dann einfach was machen Na dann geh ich mal Ah, jetzt ist das Schiff wieder unten Ne, ne, jetzt sind sie fertig glaub ich Das Schiff ist wieder unten Aber was wolltest du jetzt fix machen kannst du gerne? Ah, die anderen sind hier Sind andere Leute hier Und wie es weiter geht Sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin Tschau 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 Oh